das quiz academy ist eine alternative zu fürs lab datenschutz ist ein bisschen besser als die schule edition als app am besten aufs handy und browser geht es auch aber so ist schöner dann erscheint sowas wenn du nicht viel da ist hier hin klicken und dann entweder auf scanner wenn er qr code habt oder pin eingabe und dann erscheinen diese ganzen christian karteikarten wenn es noch ein bisschen leer ausschaut dann liegt es daran dass hier dass mir auf karteikarten klicken muss dass keine küsse da sind und dann gibt es ganz viel hier manchmal entdeckt die lehrkraft hier fehler und bessert aus dann müsst ihr auf das i klicken dann erscheint die möglichkeit den kurs zu aktualisieren und dann sind die fehler der lehrkraft oder ausgebessert zusätzliche karteikarten kommen und so weiter schaut so aus zum beispiel ist hier mikro man überlegt was heißt mikro ja 10 und 6 ist ein millionstel es gibt so gewisse dinge die man auch in der physik auswendig wissen muss die anderen sachen sind natürlich eigentlich entscheidend aber ohne sind diese punkte die man locker die man nicht liegen lassen sollte und wenn die wenn es nicht sofort ist dann auf herzchen drücken und dann macht es einfach dreimal und bist du das mikro millionstel ist und der stress ist